Der Dienstag bringt uns je nach Region in Deutschland Sonnenschein oder auch Regen, aber die Arche Noah muss man jetzt nicht nachkonstruieren. So viel Regen kommt jetzt nicht vom Himmel, aber unter Tiefdruckeinfluss wird es mal vorübergehend ein bisschen unbeständiger sein. Man sieht hier auf dem Strömungsfilm diesen Windsprung von Südwest auf Nordwest, mal für kurze Zeit genau über Deutschland. Und hier eingelagert ist eine Front und die produziert Regen und zwar hier von der Ostsee quer über Hessen bis in den Südwesten. Und diese Front zieht mit dem Regen im Laufe des Tages unter Abschwächung ostwärts. Also es wird hier nicht flächendeckend regnen und bevor es zu regnen beginnt, scheint hier im Osten in der Lausitz die Sonne rund sechs Stunden lang. Auch in Bayern gibt es teilweise Regionen mit ein wenig Sonnenschein, da wo der Nebel nicht rumhängt. Im Bereich der Front geht in Sachen Sonnenschein wenig bis gar nichts und hinter der Front, vor allem am Nachmittag, wird sich die Sonne gut durchsetzen. Hier insgesamt rund sechs Sonnenstunden, einfach in der zweiten Tageshälfte wird es hier freundlich sein. Hier ist die Front nochmal auf den Karten dargestellt, also diagonal über dem Land von der Ostsee über Hessen bis in den Südwesten. Vor der Front die Wolken lücken, örtlich der sich auflösende Nebel. Und da die Front eben im Laufe des Tages südostwärts vorankommt, ist dann im Nordwesten am Nachmittag immer wieder Platz für blauen Himmel und Sonnenschein und Höchsttemperatur. Ja, die liegen relativ unterschiedlich. Zwischen 13 und 20 Grad. Die 13 Grad an der Ostsee, die 20 hier im Alpenvorland. Für die meisten Werte dazwischen 15 bis 19 Grad. Die Luftbewegung ist schwach bis mäßig und wenn es bei mäßigem Wind den Regen gibt, kann der auch durchaus mal waagerecht angeflogen kommen. Aber wie gesagt, das wird nicht viel sein, was da runterkommt. Am Mittwoch wird es allen voran im Süden in Bayern teilweise noch vor sich hin plätschern, sonst unter Hochdruckeinfluss sonniges Wetter geben, dort wo der Nebel nicht vorhanden ist. Und abseits von Nebel und Hochnebel ist auch der Donnerstag ein sonniger Tag im Nebel kühl, aber mit Sonnenschein wird es nachmittags 16 bis 19 Grad warm. Also zumindest abseits des Nebels wird es in nächster Zeit immer wieder goldene Oktobermomente geben.